Hallo Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zum neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Und heute mache ich was spezielles. Und zwar gehe ich heute mit drei japanischen Freunden, gehen wir zu einem Sushi-Essen. Also wir haben jetzt Sushi-Essen im Laden hinter uns und da haben wir was gekauft und zwar für zwei Stunden dürfen wir so viel Sushi essen, wie wir wollen. Das ist richtig krass, oder? Das ist doch ein Traum für jeden, der Sushi mag. Und das werde ich mit diesen zwei Freunden hier machen. Guten Tag! Let's go! Also wir sind jetzt hier angekommen. Ich sitze jetzt hier. Ich werde euch erstmal was erklären. Das ist in jedem japanischen Restaurant. Das nennt sich Oshibori. Damit macht man sich die Hände sauber bevor man was isst oder was trinkt. Das ist so, ne? Das ist einfach so ein Japan. Das gibt diesen Gebrauch. Das werde ich jetzt einfach mal euch demonstrieren, wie ich das mache. So ein bisschen angefeuchtetes Tuch. Das nennt man einfach. Und macht sich damit einfach die Hände sauber so. Einfach kurz so, ne? Und dann lege ich einfach irgendwo hin, wo es nicht stört. Also die Atmosphäre hier, die gefällt mir sehr gut. Es ist ziemlich hell. Ich kann das hier im Weitwinkel vielleicht ein bisschen sehen, ne? Cooles Bild vom Fujisan da an der Wand. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund sieht. Ah genau, hier oben. Wenn ihr euch das mal anschaut. Die Decke hier ist auch ziemlich cool gemacht. Die Decke hier ist Maguro und Chiuetaro. Okay. Also, es ist jetzt das Sushi angekommen. Und zwar einmal Maguro. Also, roher Thunfisch, ne? Und das andere weiß ich jetzt nicht. Ist auch Thunfisch, aber... Chiuetaro und Maguro sind nicht anders. Ehm... Chiuetaro in der Hand ist etwas脂. Und der Maguro in der Hand ist etwas Acami-Juicy. Totsutomo Tsuna. Totsutomo Tsuna. Okay. Alles klar. Dann werden wir jetzt essen. So, also Freunde. Ich zeige euch mal, wie ich das mache immer. Also... Hier ist der rohe Fisch, ne? Ich lege das immer so auf die Seite. So. Ne? Und dann tunke ich die Seite mit dem rohen Fisch ein. In die Sodasauce. Und dann esse ich das alles in ein bisschen. Und es schmeckt gut. Leicht. Und es schmeckt gut. Mal. Schau dir das an. Es ist krass, oder? Wir haben hier Eier. Totsi mit Ei. Das mag ich auch sehr gerne. Dann hier Lachs mit Basilikum. Ebi. Shrimp. Ganele. Und Lachs haben wir hier auch. Es ist krass. Ja. Psycho. Ihr seht es grade, wie mein Kollege hat esiyatla gespielt. Er ist mit der Hand tatsächlich gegessen. Das ist üblich, dass man es auch mit der Hand esst. Also ihr dürft es auch mit der Hand essen. Wir Panaman ist auch so. Traditionell isst man es auch oft mit der Hand. Genau. Und hier haben wir natürlich noch Ingwer. Das kennt ihr auch. Wenn ihr in Deutschland Sushi kauft, ist da auch oft Ingwer dabei. Was man so dazu isst. Passt auch einfach dazu. Guckt euch das mal an. Das ist doch krass, oder? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich hab noch nie sowas gegessen. Das Besondere ist ja daran, dass der rohe Fisch so lang ist. Und ja, das esse ich zum ersten Mal. Und ich bin auch zum ersten Mal in einem Sushi-Laden, was nicht Fließband-Sushi ist. Also was so ein bisschen bessere Qualität hat. Das ist richtig krass. Und ja, es wird gut schmecken. Oder ich hab grad auch schon gegessen. Es ist mega lecker. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Was? Fischsorten liegen mir voll. Aber es gibt manche, die esse ich jetzt nicht so gerne. Also ich kann sie essen, aber ich mag es jetzt nicht so, sage ich auch ganz ehrlich. Da muss man immer gut auswählen, was man isst. Aber das meiste, was hier auf dem Teller ist, das mag ich wirklich sehr. Ah, ich bin von Deutschland, aber... Deutschland der größten Imege ist, was ist das? Ja, das stimmt. Sacker und... Berliner Kabe? Ja, das stimmt. Berliner Kabe, wann die Kabe ist? 94? So, noch mehr? 89? Ja, ja, 89. Das stimmt. Die Geschichte ist nicht so gut. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wie ist die übeten? Die übeten? Ja, die übeten. Wer ist ja. Schweren Steiger. Wer ist? Wer ist? Noir? Neuer? Eeeeeh. Stora? W-Säu... 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 Will Gates? W-Säu... 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 Wir haben jetzt unseren vierten Mann hier. Er hat ein bisschen lernen gebraucht. Genau. Ich habe eine Frage an Kiyohe-san. Sie kennen Deutsch der famous Leute? Geite? Geite? Geite! Einsteinde? Einsteinde. Also, die klugen deutschen Klappern sind auch in Japan bekannt. Let's forget about a curve here, cause all that is stuck in my head is me and you. All the speed in my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Genau, was ich euch noch sagen wollte. Genau, der Geschmack von dem, wenn du Sushi in Japan isst und wenn du Sushi in Deutschland isst, ist echt ganz anders. Aber ich finde den, ich schmecke auch nicht. Und wenn ich in Deutschland Sushi esse, dann ist es halt was anderes. Aber ich finde es trotzdem lecker. Aber in Japan hat es nochmal einen anderen Geschmack, nochmal mehr diese Frische. Die kommt mehr raus und deswegen, in Japan schmeckt es wirklich sehr gut. Aber wenn du in Deutschland auch so ein Sushi mit vegetarisch isst, finde ich es auch super. Ich finde es auch nicht so gut, wenn man die ganze Zeit nur so viel Fisch und so viel davon isst. Und ja, also ich finde es gar nicht schlimm, dass in Deutschland das anders schmeckt, dass es mehr an den Geschmack der Deutschen angepasst ist. und schön viel in die Nachrichten. Und ich habe es ein paar Geräusche, ich liebe es. wie ist das? Wie ist das? Ich bin jemanden. Gut, gut, gut. Gut! Gut, gut! Das ist gut, gut. Gut, gut! Gut, gut! Was ist das Koffer der Koffer der Koffer der Koffer? Es ist sehr lecker. Das ist so, dass ich es nicht so leicht schlafen kann. Das ist wirklich lecker. Okay. Wieder was gelernt. So, wir sind jetzt alle komplett fertig. Ihr seht noch das Restusche. Wir sind jetzt 10.30 Uhr abends. Wir werden das noch alles aufessen. Wir lassen noch nichts übrig. Ja, mein Fazit sage ich noch später in aller Ruhe, wenn ich zu Hause wieder bin. Wir sehen uns bis dann. Bis später. Ciao. So, ich sitze mittlerweile beim Schneiden des Videos. Und ich möchte das Video jetzt nicht so stehen lassen, weil ich noch eine Sache sagen will. Nach dem ganzen Sushi-Essen, nach dem ganzen All You Can Eat, Koki und ich sind am Ende noch nach Hause gelaufen zusammen. Und wir haben uns angeschaut und haben uns so gesagt, boah, einmal und nie wieder. Weil es war so, am Ende waren wir einfach nur noch so voll. Und an sich möchte ich einfach mit dem Video nicht vermitteln, dass All You Can Eat etwas ist, was Gutes ist. Sondern eher das Gegenteil. Weil ich gemerkt habe, dass es etwas ist, wo du einfach... Hauptsache, du isst irgendwas nur noch. Und du genießt es nicht mehr. Und in einem Zeitalter, wo wir nicht so viele Ressourcen auf der Welt haben, einfach essen, obwohl wir essen eigentlich schon zu viel. Also wir essen dann noch mehr, als es eigentlich möglich ist. Und ja, deswegen... Ich möchte einfach nur noch mal sagen am Ende, dass ich das eigentlich nicht gut finde und dass ich das auch nicht mehr machen werde. Habe ich jetzt reflektiert, aber Sushi war natürlich super lecker, keine Frage. Wollte ich nur noch einfach am Ende sagen. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass das Video lustig war und dass es informativ war, dass es dir gefallen hat. Und lass gerne einen Daumen hoch da, falls das Video interessant war. Oder falls solche Videos öfter kommen sollen mit japanischen Freunden. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video und Peace! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!